Hi Leute und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play Dota 2 wieder mit dem C-Striker. Hallo, mal schauen was wir jetzt reißen. Genau, wollen wir da mal auf die Nüsse geben wie eben. Ja, ich nehme diesmal einen anderen als Titan. Lass erstmal warten was die so picken. Ja, du zockst mal wieder Razor. Oh ja, den habe ich, ich glaube das letzte Mal echt mit dir gespielt. Ohne Scheiß, den habe ich danach nie wieder gespielt. Kann ich mich noch erinnern. Da habe ich den ja nur gespielt. Das war ja ganz am Anfang. Keine Ahnung von Dota nur auf einen Helden erstmal spezialisiert. Wenn... Mal gucken. Mal gucken, wen die so nehmen. Das ist gut, am Anfang konnte ich ja wirklich nur so 2-3 Helden. Sniper, Drillranger und so, die immer gepickt werden. Genau, das waren immer. Sandking. Meisten. Sandking, hm. Glattsecker. Your turn to pick. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Supporter dabei, wenn er auch Support spielt. Ja, ja. Mehr als ich überhaupt kann. Ja. Weil manche picken irgendwie Supporter und spielen gar nicht mal Supporter. Ich weiß, wenn ich... Ich spiele diesmal Drow. Glaub ich. Jo. Doch, ich spiele diesmal Drow. Ich zock mal Fandom Land. Ja, ne ne. Fandom Assassine. Ja, das ist gut. Aber dann dürfen wir nicht zusammen auf ne Lane gehen. Ne. Dann gehst du am besten mit dem Eis-Typen hier. Ja. Nicht. Aber es war... Kannst... ey, letztes Mal gab's so'n Bug oder so. So'n Steam oder so hat falsch so... ähm, warte mal... so falsche Tressuren mal reingestellt. Okay. Ja. Hm, das ist aber schon länger her. Da hab ich in der Zeit gar nicht mal gezoppt. Oh, guck mal. Dann gab's. Die haben Ursa... äh, die sind nicht gut aufgestellt. Der einzige, der am Ende was reißen kann, ist bei denen hier der ganz rechts, der... Bristle Break. Ja. Okay, Bristle... äh, Bristle Break ist schon krass, Mann. Ja. Wir müssen auf jeden Fall... Aha, ich... warte mal, haben wir... Weißt du, was kacke ist? Was so? Ich hab ja den Bonus auf Range Heroes, ne. Und wir haben keinen einzigsten Range Hero. Ja, das stimmt. Oder der Eis-Typ, ist der noch? Der ist noch Range, ja. Hey, Guys. Die sind schon mal älter als eben die und hören sich deswegen sehr... also mir schon mal direkt freundlich an. Ja, mal gucken. Ja, wir machen das, wir machen das. Wo gehst du mitte? Ich geh mitte. Ich geh mal top. Top am besten mit dem Eis... oder mit Oke, das ist auch gut, ey. Ja, ist gut. Boah, das ist... das ist nice oben. Ja. Also sie sind nicht schlecht aufgestellt, so auf den ersten Blick. Das mit Bounty da, dieses... diese... Bounty Rune? Ja, Rune da. Das ist richtig gut, wenn du jetzt auf Bottle spielst. Jo. Weil jetzt kommt irgendwie öfter immer Rune, oder was? Ja, ja, es kommt immer eine oben und eine unten hin. Das fängt geil gemacht. Ich glaube, die mit diesen... zu... zuzieht Gold... mit denen hab ich schon mal gezogen. Ja? Ja, ja. Da hab ich Tua Venture gezogen. Oh, jetzt kann ich dich auch muten? Na ja, kannst du. Na ja. Dann habt ihr jetzt auf der Aufnahme halt ein.... Lapp, ups. Ein Gerede hinten drauf. Okay, dann will ich gleich abzugehen. Bei euch oben? Ja, ja. Da ist Blotzegger alleine oben bei uns. Dann ist der andere im Wald, Ursa. Ja, der Farm. Aber die haben auch Ursaan irgendwie anders gemacht. Ja, der steht jetzt woanders. Und dann auch andere Skills bekommen. Okay, Sandgang ist bei uns. Hey, wollen die mich verärschen? Ah, warte mal. Unten ist gestorben, okay. Dann muss ich da relativ früh hin ganken. Ja. Wer war das, Murat? Murat. Die wollen... Die wollen richtig hart, ihr... Hat das geredet oder geht mir auf die Eier? Ja, ist nicht stimmt. Ja. Gut genug. Wenn ich mal Level 6 bin, dann gehe ich unten ganken, dann machen die unten auch nichts mehr. Wenn ich vorher nicht sterbe. Wenn ich in der Mitte vorher sterbe, das wäre schlecht. Oh Gott. Ach du Scheiße. Rayskin geht mir jetzt schon auf den Sack. Feidet ihr absichtlich vielleicht? Ja. Boah, ich hab letztes Mal auch einen Team gehabt. Da hat Envoker gespielt. Da hat absichtlich gefiedert, dass wir verloren haben. Das hatte ich auch schon dabei. Da gibt's schon Kandidaten. Manchmal glaube ich echt, dass es so abgespielt ist. Oben ist Haste Drohne. Okay. Haste. Ray is heavy. Mann, aber was ist da los? So was? Ey, ich gehe unten drauf ganken, ich versuch's. Sehr gut. Ja. Boah, beim Plot Sacker muss man jetzt immer voll aufpassen. Wegen seiner Attacken. Wegen seinen neuen Skill da. Ja. Speed Huhn. Oha, die sind unten schon stark. Ja, die sind... Da wird richtig gefiedert. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich so leicht sterbe, das ist schlecht. Ah, jetzt muss ich ganz defensiv spielen in der Mitte. Jetzt muss ich ganz defensiv spielen in der Mitte. Ja. Ja. Und du auch. Ja. Ja. Dass man hier alles reißen kann. Richtig. Mitte fehlt. Passt mal auf. Kann sein, dass der schon Level 6 ist. Ah, der ist Mitte. Wir sind ganz... Wir sind eh richtig am Towers. Wir sind nicht richtig oben. Wir sind nicht richtig oben. Wir sind nicht gerade in der Direktion. Ich hab nur fast. Ursa fehlt? Ok. Ne, Ursa ist immer noch unten. Irgendwann hat gesagt Ursa fehlt. Es war Fail-Ansage. Ich bin jetzt eben einmal gestorben, ich darf jetzt nicht noch mal sterben. Ja. Oh, Mitt ist wieder da. Ja, Dings fehlt Sandking. Oh, hab ich doch grad Schwein gehabt. Ich war leider jetzt nicht oben. Ja, er hat nichts gesagt, ich hab Schwein gehabt, ich bin nicht gestorben. Weil die drücken uns richtig oben. Richtig am Tower ran. Ich fetz, die sind beide hochgegangen. Ja. Na, Sandking ist, also fehlt immer noch. Unten stirbt doch wieder. Den kriegst du. Nein, 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 nein. Ich übertreibe es lieber nicht. Das Problem ist, dass der Ogre Major da wieder mal keinen Mana gehabt hat. Ich dachte doch mal, dass wir ihm was holen. Ja. Oh Gott, was machen die denn da unten? Ja. Ja. Oh Gott, ist das? Oh Gott, was ist das? Nein, wir haben uns nicht mehr geblieben. Stop feeding, bitte. Ey, 207. Das kriegen wir nicht mehr gedreht. Wenn die weiter so füllen... Das stimmt. Und dann holt sich er vielleicht noch Shadowblade? Oder irgendwas? Ja, der macht gleich Ursa erstmal. Ja, kommt drauf auf was er geht, der Ursa. Please buy warts for bottom. Ach, man, 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 man. Aber wie kann man denn so oft sterben da unten? In so schneller Zeit, ne? Ja. Vorwärter. Siren. Ja. Aber Senkin fehlt? Ursa fehlt auch. Die ist bestimmt schon... Meinst du die es Roshan machen? Ah, ist wieder da. Ja, das glaube ich nicht. Sehr gut. Ich glaube, Ursa kannst du nicht mehr ab dem Level, glaube ich, nicht mehr machen. Mit Ursa. Ich weiß jetzt nicht, ob die das gefixt haben bei ihnen. Aufwärter. Ich kann's dir jetzt nicht ganz genau sagen. So, bauen die Rune unten. Zum Glück, ey. Passt auf, Mitte fehlt. Ich nehme das. Nachfragen! Ah, alter! Platziger ist bei euch oben, ne? Na ja, dann hab ich gekillt. Komm, ein Creepkill noch? Jawoll, ich habe meine Maske. Nice. Ich habe jetzt auch mal meine Boots. Oh, der hat Haste. Ganz schlecht. Also jetzt ist das Sand King wieder oben, weil der Blot Sacker verloren hat. Alleine. Okay. Aber er ist jetzt, glaube ich, schon Level 6. Blot Sacker. Ne, Level 5 immer noch. I have a look. Ja, der kann da nur an Roshan dran sein. Nein, glaube ich nicht. Doch. Aber der Roshan kann da nicht mehr so sein. Ja, ich bin tot. Ja, schade. Aber hast du gesehen, der hat schon... Weißt du, wie die unten gefeedet sind? Das ist doch nicht, weil Level 8 und 9 meine ich. Na, ist schon krass. Ne, 7 und 8, so. Aber hast du schon gesehen, ähm... Dings mit Roshan kann man nicht mehr so leicht, Kinder. Weil der jetzt so andere Attacken bekommen hat. Ja. Das ist jetzt schwierig. Ja. 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 Ich muss unten auch helfen. Ich muss unten auch helfen. Wir sind beide im Wald. Ja. 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 Der war echt blöd. Soll wir die jetzt unten Attacken, kriegen wir die? Ja, hat Multicast da drin. Da muss unbedingt mal gekillt werden, dass wir das Gold mal kriegen. Wir holen jetzt erstmal unten den Tower. Wir sind gerade so fit unten. Ja, der Tower fällt. Ich habe irgendeinen geilen Blattlust drauf. Wer macht das denn? Das ist doch auch ein neuer. So. Bravo. An der Stelle bin ich. So. Die nehmen den Reise ist weg, aber ich komme aus dem Be Saturday. Ich gehe das! Beste gut ist. Ich bin ein Haftoren! Du hast mich nicht gesagt. Ich hab's da am Arsch hängen, wann bin ich so langsam, wann bin ich so langsam? Da haben mich die Creeps geglockt ey. Ein Glück, dass Blubzäcken nicht mehr so richtig stark ist, halt der Ursa-Level zählen, der hat schon so heftige Items, der hat auch hohe Schaden, das Item noch in der Tasche, ein Mann hat schon richtig Schwierigkeiten jetzt bei ihm. Wir müssen jetzt einfach die, die einzeln rumspringen, picken, in der Mitte den. Denn in der Mitte ist noch Schwierigkeiten. Ich versuche jetzt hier mal einen guten Farmer hier. Ja oben hast du jetzt, das ist gut, dann kannst du wenigstens Farmen, das ist wichtig. Schau dir das mal an. Ich muss jetzt richtig in guten Farmen halten, dass ich ultra stark bin, dass wir jetzt noch hier reisen können. Die sind ja jetzt alle in der Mitte oder? Zwo Mitte, zwei unten. Jetzt versuche ich mal oben den Tower zu bekommen. Platziger ist unten. Halt, zwei unten. Auf, zwei unten. Berge zu sein. Also, die hier, dass wir in der Mitte stehen. Auf, zwei unten. Wer ist er, der ist eine Ulti. Guck dir das mal an! Ja. Ah, ich hab noch gekriegt. Nice. Hoffentlich kriegst du grad oben richtig farmen, das wär nice. Ja, ich geh auch richtig jetzt rein. Was hat denn der mit mir? Oh, ich bin selber low, ich muss selber so mal farmen hier. Nee, weil der ist sich aufgegriffen, warum ich nicht irgendwie nach unten komme oder so. Wir brauchen auch mal einen Tower oder so. Ja. Der obere Tower ist fast kaputt. Hat nicht mehr viel. Ich seh's. Wir brauchen Wards, ohne Spaß. Guys, wir brauchen Wards, bitte. Wir können trotzdem gewinnen. Schön gemacht. Ja, danke. Ich hab einfach keine ISAMs, um jetzt irgendwie mal einen richtigen Schaden mal rauszuhauen. Das verstehe ich hier. Unten, oha. Unten geht jetzt ab. Oh, ding. Ich komm, ich komm, ich komm auch. Ich komm auch mal in den Jungle rein. Ich beeilen mich. Jetzt können wir sie kriegen. Jetzt können wir sie kriegen. Nice. Das war richtig wichtig. Ja, das war echt wichtig. Das war richtig wichtig. Ohne Scheiß. Da haben wir 14, 17. Das sieht jetzt schon wieder besser aus. Ich gehe im Silenz. So, ich hab jetzt Shadow Blade. Ich hab einen gesehen, Alter, wo wir da Richtung Urshan gehen. Urshan am Arsch, Urshan am Arsch. Ja, ich bin hinter dir. Scheiße, ich bin tot. Nein, nein. Ich kann nicht drauf gehen. Ich kam nicht vorbei, sorry. Äh, ja, ja. Passt schon. Dekoriere, ey. Ach du... Ich muss dir den Kurier nochmal wegnehmen. Ja, ja. War das wichtigste. Was? Er hätte doch nur Stun müssen und wir dann gleich wieder rausgehen müssten. Nein, er haut irgendwie mit drauf. Ich hab nirgends so gesagt, dass er mit draufhauen soll. So, jetzt muss der Kurier wieder zu mir kommen. Uuuuh. Oder er hätte doch nur Stun müssen. Ja, genau. Er denkt auch, ich bleib stehen alle, weil der so einen guten Farm hat. Da bleib ich doch nicht mehr stehen. Ich weiß so ganz genau, dass er mich platt macht. Ich fieder nur nicht rum. Er schon. Ja, er schon. Er soll mal wissen, da ich bin zumal Level 11 und der Urshan ist Level 11 und hat 12 Kills und davon hat er komplette Items. Richtig. Oder uns mit Einschlag kaputt machen. Why killing still? Äh. Stealing kill. F**k. Auf, lass mal ein Mittedauer jetzt. Ja, jetzt sind sie da unten, dann mach mal ein Mittedauer. Voll drauf. So, ich mach jetzt schon gut Damage. Ich hab 149 Base Damage und 67 Zusatz. Weil ich nur Dings geskillt hab. Ich kann halt nicht freezen, alles egal. Jo. Ach komm, jetzt voll in Mitte durch. Nein, 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 die sind unten. Doch, die sind unten da durch. Okay, Zen King ist wieder da. Okay, Versuchen wir mal unten da. Scheiße. Jetzt hab ich's am Arsch. Aber. Ich seh die gar nicht mehr. Ah, da. Ah, da. Nice. Ah, der ist einfach zu gierig. Er denkt auch, der wär... Der schafft alle... Ja. Wir haben keinen Tower mehr, um zu pushen. Ich verteidige meine... Geh mal in die Mitte und hol dir den Farm. Naja. Das war mein Gott. Blotzecker sehe ich auch kaum noch. Der ist bestimmt am Farm. Ja. Ja. Ja, den Tower kriegen wir. Nein. Na, da hast du den Blotzecker irgendwie gesehen? Ich bin ein Hühnchen, ich bin ein Hühnchen, ich bin ein Hühnchen. Oh, der... Dings! Urs! 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 Das ist ein Double Damage Ah, warum kann denn eigentlich keiner den verkackten Kurier upgraden? Mann, mach ich es halt Okay, jetzt habe ich Skull Basher zum Stun Was? Was? Er will ja Ja, schau bitte Riegel an Säger Ist, glaube ich, irgendwo in den Jungle oder so Da muss Full-Stoff fahren Ach, er beleidigt immer nur Ja, ja Weil ich meine Dings nicht geskillt habe bestimmt Da unten Ich brauche Creepkills und brauche Kohle ohne Scheiße Das ist viel wichtiger Ich bin auch erst Jetzt gucken wir mal Okay, der hat wohl Schaden Der kann jetzt voll wieder drauf gehen Wie immer Ich hole mir unten den Farm grad mal Da habe ich grad Schwein gehabt, Ursa war im Arsch vor mir, ich habe Shadow Blade aktiviert Ja 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 Guck ich mal wo der Blotzecker hier rumgammelt. Irgendwo in den Jungle muss er hier sein. Mitte sind welche? Blotzecker ist einfach irgendwie verschwunden. Oder ist der Afghan dabei? Das kann natürlich auch sein. Bei den Jungle habe ich gerade eben genommen. Keine Sorgen. Oh. Ach man, man! Die Scheiße! Ich bin tot. Die Drecksau. Unser Team passt echt nirgendwo an. Die passen echt da nicht auf. Das ist schon der Weg. Na, 2221 ist ein knappes Spiel. Ja. Das stimmt. Ich hätte ja noch was machen können, aber das Problem war einfach des Seins. Ich konnte keine Skills mehr machen. Ich konnte null mehr machen. Das war halt das Problem. Gerade eben. Ich hab hier auch noch nicht. Tja. Zehn Sekunden bin ich erst wieder da. Weißt du was wir für USA brauchen? Ich hab hier noch einen Platemail. Da macht er nichts mehr. Ja. Okay, das stimmt. Wo kann man die denn? Ich glaube die hole ich mir. Hm. Ja, der ist halt immer nah dran. 220. Jetzt kommt er wieder. Mit Hassdruhne. Oh shit. Warte mal. Soll ich mal unsichtbar dahin gehen und mir die wegschnappen? Das ist mein Ding. Mir gibt mir Atmung. Kommt er. Ach, kann man vergessen. Kannst wieder zurückgehen. Scheiße. Ich will wegschneiden. Ich werde ihn über voir. Ich werde ihn nicht überlegen. Pyne, ich nehme dich nach. Dann stehe ich mit mir ab. Ich werde kurz weg. Ich werde dir jetzt weiter. Sehr gut. Ich bin nicht bereit. Ich werde mich nicht wegsch vazge. Du hast Shadowblade oder? Ja Geh voll durch Ja, mach ich Die gehen voll, ok Ah, Backdoor-Protection Scheiße, Ursa Wir brauchen Guys, wir brauchen Blademail für Ursa Vielleicht Wir müssen einzeln Wenn wir Blademail haben, dann zerfickt ihr sich doch selbst Das leitet doch den Schaden weiter Ja, klar Aber das Problem ist ja jetzt immer nur mit Shadow Shaman Der Stunt immer nur rein Und macht Silence hinterher gleich Und damit alle killt die ganzen Leute am meisten Wir müssen Na, warte mal Versuch mal in der Mitte reinzukommen Und wir holen den Wenn der jetzt nicht weggeht Oh Und wer ist denn bei dir überall? Bladzieger, ich musste wegrennen Bladzieger kommt jetzt in die Mitte Ok, die haben wir Nice Die kriegen wir auch noch Die kriegen wir auch noch Mann, Alter Scheiße, Mann Der kriegt mich nicht Der kriegt mich trotzdem noch Das gibt's doch nicht Ja, weil dieser Sand King Ja Warum sind wir beide jetzt schon wieder tot? Weil die Affen zu spät angreifen Ja Ja, das Problem ist, dass dieser Sand King den Ulti rein gezündet hat Ja Ich brauche alle BKB Für den Sand King Ja Außer als will ich auch auf Battle Fury gehen Ja, das ist Schwierig Ja, das ist Schwierig Ja, der Ursa Den müssen wir klein halten Sonst Ja, das ist ein spannendes Game Ja, Level 16 ist der Ja, aber ich bin noch nicht mal richtig am Kills rangekommen Ja, der ist Bitte, den holen wir uns jetzt Ja Ja Mann, pass auf, da sind bestimmt noch mehr bei Der ist schon weg Ja Ja Dann holen wir uns den mit den Tower Überall ansonsten sind die Creeps relativ weit weg Achtung, da kommt einer überm Wasser. Wer ist denn gelb? Welche Farbe? Ich? Nein, vom Gegner, Team. Wo ist er? Guck mal, der macht jetzt gegen mich gar nichts mehr. Ja. Shadow will angreifen, da wird sein Ulti reinhauen. Ja, da greife ich mit an. Nice. Und gleich hat er diese Dinger kaputt und die geben gut Gold. Aber die anderen sind freundlicher als im letzten Game. Die haben zwar eben auch mal rum gemeckert, aber die bedanken sich nicht. Ja, das stimmt. Jetzt auch mal ein Tower-Carbon. Ja, guck mal, wie ich schon angreife. Silence. The enemy's middle tower has fallen. So, jetzt gucken wir mal, ob er schaue. Your bottom tower has fallen. Das könnten wir wirklich gucken. Oh, ich sehe ihn nicht, da. Perfekt. Mal gucken. Einen kriegen wir. Ah, der ist wieder da. Go. Jetzt guck mal, wie schnell ich den krieg. Kannst du aber nehmen, wenn du willst. Nee, ich hab... Okay, ich nehm. Ich kann's auch nehmen, mir ist das egal. Nehm ich auch. Beide Level 17. Willst du nehmen? Nimm du. Ich nehm den Käse. Oder nehm du... Das hab ich schon gepickt. Ach egal. Hauptsache USA, das Ding nicht mehr. Richtig. Und kriegt's jetzt die nächste Viertelstunde auch nicht mehr. Ja. Wenn du den nicht frisst oder den Nichterband stirbst, dann wird das zur Regenerationsruhne, ne? Naja, ich weiß. Was ich da raushauch? Naja. 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 Hat der... Hat der Black... Blinkdecker? Ne, hat er nicht. Doch hat er. Naja, dann... haut er seinen Uli bald rein. Soll er mal kommen. so komm alle scheiße man der ist tot mach mal deinen Dingsbums dein Strahl da ah schade du kommst aber nicht raus doch du kannst rausspringen spring raus das war schon so ein bisschen greedy weil wir uns einfach mal reingegangen aber diese 10 King alle war fast da hatte null mehr ja ja der mit der großen Klappe der Shadow Shaman sind immer die besten er fällt doch eh gleich der ist doch eh one hit man fast one hit oh Shadow Shaman ist schwer am flame und du musst es halt niemals unterschätzen der denkt auch der hätte das Game jetzt mit Ursa hier gerockt alleine oder was ne ne das war klar so auf was geh ich denn drauf ich will mir Shadow Shaman wenn er nicht abhaut ich bin schneller als du ah nee du kannst springen ja ich kann springen aber wenn er unten noch ist wenn er nicht abgehauen ist ich bin schneller als du ich guck mal in den Jungle jetzt kommen dir gleich drei Helden entgegen ja wo sind sie denn unsere Freunde die Mitte sind zwei drei Mitte drei Mitte was gehen wir mal in der Mitte du hast da was am Arsch hängen ja tot und den nächsten Arsch ok ok ja tschüss NEIN ich mach das schon NEIN die DREXER man Achtung der Shadow Shaman du hast ihn gesehen er ist da drinnen er hat sich reingepackt die DREXER Shadow Shaman muss über Wasser kommen irgendwo ist er gerade hingeblinkt da ist er doch drinnen hier ist er drinnen na jetzt ist er raus die DREXER die DREXER die DREXER die DREXER die DREXER ja jetzt können wir es finishen ja 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 da hat er gedacht ne da hat er mal wieder gedacht er gewinnt hat sich schon zu früh gefreut und geflamed und gemacht schreibt guck mal schreibt Minute 15 oder 20 gg well played comment me haben es auch gedacht die gewinnen hier so ich mach jetzt eh den übelsten Damage die DREXER sind wir müssen in was denken ja nice dann Shadow ist auch noch aber die blocken dich sch sch Ich brauche Creeps zum heilen. Und er war abgestoppt. Der Noob-Ursa. Richtig nice. Den holen wir nochmal. Ich bin tot. Das Spiel haben wir gedreht, weil am Anfang haben die ja unten schon übelst gefiedelt. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.